Hallo, herzlich willkommen. Es geht weiter. Die Fahrt von Dings hier nach Heilbrücken, nach Aschbrücken, nach keine Ahnung, keine Ahnung, bitte bitte, die fahren jetzt los, das heißt, wir fahren los nach zu Aschaffenburg. So. Ja, ja, weiter klicken. Ah, ich fährt da schon mal, das ist sehr gut, das ist das Ding schon mal fährt, das ist sehr krass. Aber das ist grün und ist wahrscheinlich egal, ob es auch grün ist oder so. Das würde die hier, ist mal wursch, ist mal wursch. Das ist grün. Ach, lass die Tür aufmachen. Okay, jetzt auch eigentlich mal entscheiden. Ah, jetzt hab ich grün. Ah, egal, scheißegal. Ja, wenn du mal wursch'n Das ist grün, ja, okay, kommt keiner, okay, das ist sehr krass. Ich komme keiner und jetzt geht abhören, Türe zu und die ich dann machen, gar nicht wie voll Schub ist wahrscheinlich egal wie viel Schub man gibt. So. So, weiter geht's. So. 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 uns natürlich Telekom fangen wir mal Internet anbauen jetzt an ja weil Leitungen mehr Bankbreite haben können das bedeutet da könnt ihr ja bei der Bankreite viele Videos hochladen aber nicht so viele bauen wir auch nicht auf 100 aber es gibt die Leute sagen die ich gebe nicht auf 100 ist mir scheiße egal was dann nimmst du was du nirgst verlangen wieso Lockfeuerleute nein richtig heizen heute richtig heizen wir wollen mal richtig heizen wir den Ding ist mein Video schon hochgeladen ne mein Video ist noch nicht hochgeladen ok das ist ok 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 Also wir dürfen Ashtar, eh genau. Ja GTA, hör bloß auf, GTA scheiße. Wohin kein Geld mehr gibt's schon. Keine Ahnung. Gränze. Gränze. Okay. Okay. Wird ich mal leicht schon, aber keine Ahnung machen. Keine Ahnung. Ich weiß ja nicht, wie ich Lust dran habe, aber keine Ahnung. Ich sage es mal verabschieden. Ich sage tschüss. Und tschüss. Wir sehen, haut rein. Was gut. Ich sage tschüss. Ich sage nicht. Das ist das letzte Mal. Wir sehen uns.